Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Angezockt von UFC 2. Ja, wir hatten eigentlich gestern gesagt, dass Crazy Freak mit am Start ist, aber das ist leider nicht der Fall. Das hat nicht so ganz hingehauen. Und zwar ist mit am Start wieder der Rebano. Ja, hallöchen, der Cree Rebano. Genau, wir haben den Crazy schon eingeladen. Wir haben jetzt gedacht, wenn die jetzt gegeneinander fighten hier, dass man dann vielleicht irgendwie zugucken kann oder so. Aber leider hat das nicht funktioniert. Und deswegen, ja, wie gesagt, lade ich jetzt einfach den lieben Rebano ein hier. Und wir machen einfach mal noch ein Fight, noch ein Part und dann schauen wir mal, wie wir das weitermachen, weil wir wollen gerne zu dritt irgendwie zocken. Und ja, wir überlegen vielleicht sogar schon zu Livestream oder so. Mal gucken. Eben. Das war fun noch ein bisschen. Eben. Und macht auf jeden Fall Bock. Weltergewicht hatten wir schon, ne? Was ist denn... Nehmen wir mal ein anderes Gewicht. Da würdest du... Was? Ja, wir hatten Weltergewicht, hatten wir schon, ne? Ich würde mal gerne den Dings nehmen. Ich würde mal gerne den Rampage Jackson nehmen. Okay, welches Gewicht war das? Äh, ich glaube, das ist Mittelgewicht gewesen, der Typ. Okay. Da kannst du... Wir können ja mal Rampage... Die zwei Joel-Spieler gegeneinander, oder? Rampage Jackson gegen diesen komischen, ähm... Ich nehm... Ne, warte mal, das ist der falsche... Das ist der falsche... Falsche Dings. Und zwar war das Rampage Jackson und der andere war... Ich wollte... Ich würde dann den hier nehmen. John Jones. Oder wolltest du den jetzt haben? Ne, du wolltest den, genau. Rampage... Okay, also nicht. Gut. Wurde mich der hier ist nämlich auch so, oder? Dann... Dings kennst du bestimmt auch. Chuck Lindner. Ja. Aus einem Film oder so, ne? Irgendwo kommt der mir bekannt vor. Das Gesicht, die Nase. Also die sollen wir dann gegeneinander kämpfen lassen, oder was? Hätte ich mal gerne gemacht, aber... Ja, warte. Dann nehm ich den. Wie nehmst du den? Den, den, oder? Äh, ich nehm den. Der war das, ne? Chuck Lidl, ne? Ja. Ja, gut. Ich nehm den. Okay, machen wir mal zwei... Iceman. Bekannte. Ich kann nichts wechseln. Okay, ich bin schwarz. Und schwarze Hose. Okay. Oh, du bist schwarz. Okay. Ja, es wird jetzt sozusagen der letzte Part angezockt, weil wir da noch so ein bisschen zocken wollen. Und genießt ihn. Aber es wird auf jeden Fall noch UFC folgen. Aber wie wir das machen, das werden wir noch sehen. Hm, das wird ne Überraschung. Genau. Wir sollten gerne alle mit einbinden. Und als nächstes ein Kampf im Halbschwergewicht. Geil. Das wird wahrscheinlich, und das wird wahrscheinlich dann im Livestream enden, dass wir das immer mal live zocken, zu drücken. Mhm. Dann kann man sich, kann man das miteinander angucken und trotzdem, ähm... ...kann mal in der Gegenüberstellung an. Kann man... ...äh... ...gegeneinander zocken. Ladies and gentlemen, let's hit! Jetzt will ich überspringen, wenn du möchtest. Ja, machen wir weg. Komm. Machen wir da dann lieber noch ein paar Kämpfe mehr rein, in den Part. Vielleicht wird's noch nochmal 30 Minuten Part. Wir schauen mal, was passiert. Okay, es geht los. Bist du bereit? Ja, klar. Okay, endlich. Er kann wieder hochtreten. Das ist schon mal wichtig. Boah, schön aus der Seite. Ah, jetzt, jetzt hab ich's gesehen. Guck, die treten auch aus der Seite. Exzellendert, ja. Kräftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Boah, halb. Das ist eine Füßeschlägerei. Schön. Tolle Angriffe hier. Die rechte Puff. Okay. Der Roundtoss-Kick erwischt ihn im Kopf, ja. So mag ich das. Boah, geil. Schön, schön aus der Seite raus. Ja. Muss mich jetzt so kurz wieder ein bisschen erholen hier. Ja. Ja. Da liegt er. Da liegt er, der Kleine. Boah. Klasse, wie er hier diese Treffer setzt. Perfektes Timing. Schöner Kick, aber da ist der Block. Saubere Haken zum Kopf. Jetzt hagelt es hier. Sehr schön, ja. Kick zum Kopf, aber daneben. Da ist der Treffer zum Körper. Schöner Kick. Er weicht aus und kontert. Wow. Boah. Wunderschön. Wunderschöne Kicks. Wunderschöne Kicks. Wunderschöne Kicks. Erinnere, was machst du mit mir? Oh, geil. Echt mega geil. Ich bin da voll am Zaubern hier. Ich muss blocken. Geh hoch. Geh hoch. Geil. Boah war das Schöne. Jetzt kommen beide wieder auf die Beine. Alter. Wie machst du das? Aua. Ich bin grad echt fasziniert. Wow. Was machst du? Bam. Wow. Au. Alter. Alter. Boah ich liebe diesen Wesler jetzt schon. Äh Wesler sag ich. Ich bin schon wieder bei WWE. Boah der ist auch schick. Alter warum gewiss ich den nicht? Boah. 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 Boah gleich noch weitern aber. Alter. Boah. 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 Alter, was ist hier los? Du bist... Was ist hier los? Was geht hier ab? Du bist ja... Was geht hier ab? Boah, was für ein Haken! Boah, meine Schadebube! Steh auf, steh auf, steh auf! Steh auf, steh auf! Steh auf, steh auf! Noch 45 Sekunden in dieser Runde! Er ist in der Vollmode, ja! Schön, dass ich da in der Vollmode bin! Ja, ja! Und auch diesmal kommt er wieder hoch! Oh, die Idiote! Mega geil! Ich komm damit überhaupt nicht zu fast! Oh, schön! Boah! Boah! Boah, was ist denn denn los in dem Match, ey? Boah, das war gut, ey! Das hätte fast schon ein Tod sein können! Boah! 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 glaubt die Kursen das Wort der Lübbel schütteln ja auch eine gute Klamotten gibt es nur eine Kopp das war ich so gut kommen Zeugen meint durchgelangt und noch mal Baff Schöne Treffer dabei ich bin ich bin ich bin ich bin Ach schade, ich hätte gerne den eingesehen, wo ich mit zweimal hintereinander trete. Richtig geil. Boah, ist das schön gewesen. Boah, geile Kongo. Boah. Och, alter. Boah, jetzt hast du mich. Boah. Boah, meine Frismer, kriege ich denn das immer ab? Ja. Boah, schön. Boah, kacke. Echt, ich steh auf. Dieser Kick ist cool. Ja, der ist echt cool. Ah, der ist auch cool, ja. Boah. Boah. Oh, da fehlt die Präzision. So, da auch. Boah. Hohohoho. Das sieht übel aus. Boah, komm. Ja. Ja. Schöner Kick zum Kopf. Er trifft ihn. Ja, klar, es hat eine wilde Prügelei. Boah. Ah, der ist tödlich. Der ist zwar gut, aber du hast ziemlich schnell, ziemlich schnell bist du raus. Jetzt dreht er sich auf. Ah, er geht schon raus. Oh, der ist okay. Boah. Der Kick zum Kopf hat gesessen. Boah. Ein heftiger Handkick. Boah. Boah. Boah, die geben sich das richtig. Ja. Ja. Kick zum Kopf. Ah, schön. Aber ist egal, was ich mache, ey. Du kommst mit deinem Kicken, komme ich nicht durch. Oh, gute Abwehr. Das war kein schlechter Kick. Schöner Block und starker Konter mit der Graben. Schön, aber nicht getroffen. Boah. Guter Kick, aber ein noch besserer Block. Oh, starker Inside-Lag-Kick. Treffer mit dem Jab. Er wehrt diese Angriffe zum Kopf hier toll ab. Kick zum Kopf, aber so. Au. Was für ein Kick zum Kopf, er ist benommen. Wow, perfekter Kick zum Kopf. Boah. Hm. Ich will jetzt dich treffen. Ah, okay. Ein starker Kick. Was für Kicks. Mann. Was ist das Glück? Ich weiß nicht, du die Deckung. Ah, seine Prellung am Oberschenkel. Muss näher ran und ran. Boah. Schön. Oh, ja. Steh auf, du Scho... Boah, kacke, kacke. Komm, steh auf. Boah, dieser Nachschlag, ne? Der ist tödlich. Der ist echt tödlich. Ja, und er schafft es. Er schafft es erneut, wieder hoch zu kommen. Boah, kacke. Spinning Heel Kick, aber daneben. Ja, super. Boah. Boah. Die letzte Minute in Runde 2 ist angebrochen. Ja, hätte der mal getroffen. Ja. Ein bisschen koordinierter. Oh, du kannst dich festhalten. Ich ko... Was war das? Boah. Geil, jetzt habe ich ja wieder was rausgefunden. Geil, echt geil. Na? Ja. Na komm, geh. Und nochmal der Kniestoß. Sehr gute Knie-Treffer. Ja, sie lösen sich wieder voneinander. 10 Sekunden. Hervorragender Lektor. Jackson hat da inzwischen einen ziemlich üblen Cut an der Wange. Boah, schade. Ja, liebe Freunde, das ist sehr anstrengend hier. Schicksal-Kreise. Wie still wir sind. Boah, wir sind so konzentriert. Und wo kann man aufpassen? Wo haut man? Boah, waren da schöne Kicks drin, ey. Ja, jetzt komme ich schon besser zurecht, ja. Boah, der ist so übel, der Tritt. Normalerweise, wenn du den einmal triffst, dann ist Feierabend, ey. Aber das sind ja auch Monster. Boah, guck dir dein Gesicht an. Aua. Warum sind die Tekken eigentlich immer noch meins? Ich weiß auch nicht, mein Gesicht ist mir zu hässlich. Oder es sieht noch zu gut aus. Eich. Und dieser Titelkampf geht in die Mitte der Runde. Boah, schön. Mhm. Ja. Ja. Was für ein Kick zum Kopf. Au. Oh, der Kick hat der Kante vom Kopf erst benannt. Ja. Oh ja. Tolle Kicks. Ja, schön. Sauberer Halfkick. Eih. Steh auf. Alter. Schöner ist für den Eelkick, aber kein Treffer. Oh. Der Kick hat eingeschlagen. Wie will die so viel versuchen, die selben Attacken zu machen? Ja. Sauberer Inside-Lack-Kick. Oh. Starker Kick zum Kopf. Gute Technik. Oh, der Nebens. Alter, warum? Ja, jetzt langsam ein bisschen. Aber wie wir da ausweichen können. Oh, schön. Boah. Oh, nochmal. Oh nein, nein. Mann, der liegt ja wieder. Oh. Oh. Ja, ist aus. Ja, 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 ja. Was war's? Oh, guck dir das gar nicht so gut an. Oh. Oh, ich habe immer gewonnen. Oh, aber geil. Guck dir das an, guck dir das an, guck dir das an. Bang. Feuern. Oh, schick. Oh, der Sack. Das ist ein schönes Ende. Guck dir das an. Boah. Oh, aber zweimal hintereinander und der Letzte hat getroffen. Guck dir das an. Boah. Na gut, schnell. Komm, wir legen noch schnell nach. Ja, auf jeden Fall. Andere Gewichtsklasse, oder? Wir können auch gerne. Ich würde nochmal Schwergewicht machen, weil ich fand die einfach, weil das voll die Killerkanten sind. Ich hätte lieber mal die Kleen, weil die sind schneller. Ja, dann mach dann. Lass uns die Kleen und einmal nochmal Schwergewicht. Mein egal, dann ist halt ein bisschen länger. Machen wir beides. Ich muss mich aber nochmal einladen. Scheiße, fuck. Ich habe noch schnelles Internet. Ich packe den noch hochzuladen. Gerade so eben. Was mache ich denn noch? Jetzt habe ich schon wieder crazy eingeladen. Ne, lad mich ein. Boah, das macht so Spaß. Ja, also auch wenn ihr das hört, liebe UFC 2 Leute, bitte macht einen Zuschauermodus rein. Ja, falls wir den Pathos irgendwie sehen sollten. Auf jeden Fall. Da machen wir die ganz leichten, oder? Die Band haben. Ne, Fliegengewicht ist leicht. Machen wir Fliegenlicht. Ja, ja, das ist so richtig, richtig kleine Wir. Ist Fliegenlicht, ist Fliegenlicht, ist, äh, Fliegenlicht noch einer? Nein, geht. Okay. Ist das kleinste hier. Ich nehme den. Benavides. Einfach so, weil der so brutal aussieht. Ich nehme eine schwarze Hose. Die Gesichter sehen schon etwas komisch aus, muss ich sagen. Mh, der sieht brutal aus. Schön dötzen. Mh. Der sieht ja lustig aus. Der sieht übel aus. Nimm den, der sieht aus wie Glenn. Boah. Wie Glenn? Hm? Ich fand es vermag nett. Nimmst du Glenn? Okay, nimmst du die weiße Hose, ich habe die schwarze. Da sieht man die Blutspritzer drauf. So, der letzte Kampf für den Part, oder? Ich weiß nicht. Ja, wir schauen mal. Ja, wir gucken mal, wie lange das Match geht. Also, kann er sein. Ich bin, gibt es ja auch Lucky Punch. Ich auch. Ja. Ja, ich unterschätze den Onkel nicht. Also, wir sind hier auf jeden Fall gleich gut, weil bei dem Spiel alles wieder neu ist. Man kommt immer was Neues dazu. Jetzt mit dem Drehschlag. Wir brauchen nur noch eine Kombination herausfinden. Jetzt schläge und dann liege ich da. Fliegengewicht. Wie klein. Ich bin wieder älter und klein. 1,63 Meter, ey. Was ist das denn? Boah, da sind ja Köpfe größer, aber ich glaube, die machen uns trotzdem platt, oder? Wenn ihr mit so einem Ring steigst, ey, die zerlegen uns. Okay. Ich muss erst mal gucken, was er so kann. Okay. Ich bin benommen, ey. Sehr schön, starke Kombination. Und wieder zum Kopf. Okay, der kann nur den. Das muss so sein Ding. Boah. Der Kick landet am Kopf. Was war das denn? Die sind schon fitter. Ja, da musst du aufpassen, ey. Zack, wieder getroffen. Und nochmal. Boah. Boah. Boah, ich glaube, da habe ich das... Er kommt auch dieses Mal wieder auf die Beine. Starker Ellbogen-Schlag. Sehr gute Angriffe hier. Ja, ja, der Ellbogen landet am Kopf. Schraubere Knie-Kombination. Ich habe... Och, 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 und wieder ein Ellbogen-Treffer. Was machst du denn? He, he, ich verschwarte dein Ohr. Siehst du doch. Und jetzt hat er in der Ellbogen jetzt angeschlossen. Was war das, was ist es? Bist du tot? Kann er nicht sterben. Ja, ich meine... Stops. Boah. Du bist schon ordentlich am Saften. Oh. Boah. Schöner Kick zum Kopf. Schöne Gerade. Wow, perfekter Kick zum Kopf. Ja. Schön Beinchen gestellt, so mag ich das. Boah. Starker Kick, aber die Deckung steht. Schöner Inside-Lag-Kick. Boah, dein Gesicht sieht gut aus, ey. Gefällt mir. Ah, der Kick sitzt. Ah, schön. Oh, ein Inside-Lag-Kick. Inside-Lag-Kick. Joseph Benavides will es hier wirklich wissen. Toller Jump. Wieder ein großartiger Kick hier. Ja. Das war ein herrlicher Lag-Kick. Wieder ein schöner Lag-Kick. Boah, ist das aufregend. Oh, der Kopf hat gewackelt. Der hat wirklich klar in den Kopf gewackelt, man. Wir haben noch die Zähne dazu gewackelt. Ja, starker Kick. Ja, der Kick zum Körper kommt an. Ja, ja, da war der Aktion. Gute Aktion. Das sind Treffer mit dem Öl-Aktion. Boah, ist das anstrengend, liebe Freunde. Ihr glaubt das gar nicht. Ich bin hoch angespannt hier. Ich will den Onkel. Aber die sind auf jeden Fall fit, die Jungs. Schön. Boah, schön. Und nochmal. Mhm. Boah, das war mein Kopf. Mein Gott, ich mache auch wieder die Aktion. Ja. Ja. Ne, hier wird auch keiner zurückstecken. Boah. Ja, ne, ich muss warten. Mein Kopf klingt gerade. Hast mich gut erwischt. Boah, schön erwischt. Boah, kacke. Boah, komm, mach mal was anderes hier. Oh, der Roundhouse-Kick schlägt ein. Boah. Schön. Boah. Oh, schöner Roundhouse-Kick zum Kopf. Sehr schöne Kicks. Ne. Boah. Boah. Oh, oh, oh. Das geht nicht mehr lange gut. Seine Wange sieht schlimm aus. Ja, könnte definitiv was gebrochen sein, Onkel, das gehört. Hehehe. Nein, der Roundhouse-Kick kommt nicht an. Einfach mit dem Kick. Boah. Ja, da macht er es eigentlich sehr schwer. Nochmal die letzten Punkte rausholen. Könner Inside-Lag-Kick. Ah, schön. Boah. Ja, die Kleinen sind zäh, ja. Und ziemlich fix. Was? Bin ich zu Boden gegangen? Hier ist nochmal dieser Ellbogen-Schlag, der zum Knockdown geführt hat. Ja, der war gut. Ich habe schon gedacht, das war es mit dir. Aber das bist du, ne? Und er bin ich. Ja, ich sieht mal dich. Mein Gesicht ist ziemlich verbeult. Kriege ich auch Beschwerden hier? Du bist so schlecht. Hält dich für Ressort. Ich hab auf. Motivation. Okay, es geht weiter. Ich bin gespannt. Ich hab auch Klee los bei uns. Mhm. Ja, da bleibt nicht viel über. Boah. Schön. Ja. Boah, schöner Sprung. Er trifft ihn mit der Linke. Ja, der Apacat kommt ab. Ein brutaler Schlatterpaus. Schöner Inside-Lag-Kick. Boah, schön. Boah. Ja, guter Haken. Boah. Da haben wir uns wieder einen verpasst. Onkel ist wieder voll in Konzentration. Tolltreffer. Tolle Kicks. Boah, schön. Wirklich gut gemacht. Boah. Ja. Nein, 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 nein. Komm, hau drauf. Hau drauf. Ja. 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 Ja, den Kick steckt er nicht. Ja, nochmal, komm. Boah, ja. Tolle Kicks. Treff ihn, treff ihn, treff ihn. Oh, yeah, yeah, yeah. Jetzt kämpfen sie mit Offen. Oh. Und Treffer. Komm. Boah. Ja. Ja. Oh, heftiger Haken zum Topf. Aber dann nicht. Ja, schön nochmal getroffen, rein. Puh, der Onkel ist wieder voll in Faszination. Da wird er immer gefährlich, wenn er ruhig ist. Merkt ihr das? Da zaubert er nämlich auf einmal immer wieder irgendwas raus. Ja. Oh, der ging voll zum Topf. Ja. Boah, da hat er Glück, dass der Kick daneben geht. Schöne Kick-Kombination zum Bein. Toller Kick, aber da kommt der Block. Bam. Gute Abwehr hier. Boah, schöne Kombo, ja. Ah, K.H. Schöne Treffer. Der Kick hat gesessen, voll auf den Kopf. Boah, was für eine wüste Schlägerei. Boah, was für Angriffe. Erst krass, der Kick sich. Ja, kloppen. Boah. Oh, ein starker Kick, aber leider daneben. Na. Da ist der Leck. Treffer, da kam der Banz. Oh, ein Roundhouse-Kick ins Nichts. Stark ausgewichen. Und dann gut gekocht hat. Das war ein Wirkungstreffer. Ganz starker Kick zum Kopf. Ah, ist angeschlagen. Beide sind hier gerade wieder ziemlich K.O. Oh, schön getroffen. Boah, ich glaube, in echt ist das nicht so blutig wie bei uns. Wir sind ja echt krank, ey. Oh, Scheiße. Komm hoch. Ja. Da wird der Mordentrum laufen. Ja. Ja. Gute Treffer hier von ihm. Wechselt seine Techniken immer wieder schön. Uh, der Roundhouse-Kick schlägt ein. Er weicht den Kick aus. Ja, ja. Schöner Roundhouse. Kick-Kombination, aber keiner kippt auf. Oh, ja. Guter Treffer. Da war der Pass. Oh, und da kriegt der Onkel. Oh, zack. Und noch ein. Ja. Tolle Kombination. Das war ein guter Kopf-Treffer. Ja. Gut gemacht. Er blockt den Schlag zum Kopf ab. Boah. Scheiße. Ja, der Inside-Lack-Kick kommt an. Schöner Roundhouse-Kick, aber daneben. Er war zu ungenau. Tut mir leid. Boah. Oh, schöner Roundhouse-Kick zum Kopf. Ja, gute Linke. Hervorragender Kick. Boah. Schöner Aktion, aber der Punch. Was für ein Treffer. Schalter. Geil, echt. Gute Linke, aber daneben. Boah. Er sucht es mit dem Kick zum Kopf und hat das... Boah, noch so einer. Hm. Ja, starke Rechte, aber nicht. Nicht genau genug. Boah. Und jetzt wollen es beide wissen. Ja, wir holen alles raus. Oh, da ist es gut ausgegeben. Das muss man ja sagen. Der war gut. Er bringt einen Inside-Lack-Kick. Ah, schöne Kombination. Ja. Oh. Puh, puh, puh. Mal gucken, ob wir vielleicht nochmal einen Kampf schaffen, bis zum Ende und mit Punktesieg. Übel. Ja. Mir fehlt der eine Dreh-Kick. Mir fehlt der Dreh-Kick. Boah. Boah, geil. Guck dir den geilen Kick an. Boah. 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 Boah, wenn man danach nicht benommen müsste, weiß, dann weiß ich auch nicht. Der ging durch. Und BATZ. Monster Energy. Da krieg ich schon richtig Durst, wenn ich da ziehe. Nochmal. Boah. Boah. Übel. Aber dein Gesicht sieht schlimmer aus als meins, weiß ich nicht. Heißt aber nix. Ja, aber nix. Nicht bei diesem Game. Nicht bei diesem Game, ja. Und dieser Titelkampf geht in die dritte Runde. Da kam der Haken, ein schöner Kopftreffer. Ja, der Roundhouse-Dicker. Klasse, wie er hier diese Treffer setzt. Perfektes Leibing. Oh, scheiße. Starker Inside-Lack-Kick. Ja. Ich hab keine Ahnung, wie ich's macht. Verdammte Scheiße. Ja. Und hier sehen wir die Gesamtanzahl der Treffer. Heftiger Ellbogen zum Kopf. Boah, ja. Den Ellbogen. Boah. Was ist das? Nein. Das ist aber jetzt witzig, gerade. Möchtest du gerade? Nein. Boah. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Und das war's. Das war's. Ja, 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 ja. Boah. Alter Schöne. Jetzt zum Ende hab ich dich mit meinen Elbows. Da warst du benebelt. Dann kann man irgendwie nix mehr drücken. Ich glaub, ich brech hier noch mein J-Ped ab. Nein, ich steck irgendwie noch mal. Das war's. Pass auf, guck dir den Schlag an. Boah. Krass. Ja, von der Zeit her, ich würd gerne noch mal ein Schwergebich. Man weiß nicht, äh, machen wir noch einen Part, oder, äh, machen wir den dran, oder was hast du für eine Idee? Sag mir was. Ich würd sagen, wir machen noch einen Part, komm. Wir machen noch einen Part für morgen. Ja, auf jeden Fall. Ich hab grad voll Bock, das macht's so süchtig. Ja, aber, äh, wartet halt. Ein Part noch. Ein Part noch, ja. Ein Part noch, ja. Okay. Okay, liebe Freunde, dann würd ich sagen... Nee, ich. Dann würd ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen beim letzten Part, dann aber, von dem angezockt. Und dann mal schauen, was sich die Zukunft bringt. Ich denk, was werden viele Livestreams noch mit dem Spiel folgen. Und dann würd ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn. Ciao. 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 Holt sich hier den TKO-Sieg.